Hey Leute, gestern Grüße aus Mailand, heute Grüße aus Wien. Wien, eine wunderschöne Stadt, hat einen angenehmen Flug. Ich war schon zweimal in Wien gewesen in der Vergangenheit, aber schlussendlich bin ich nicht hier, um irgendwie die Stadt zu erkundschaften, sondern um mit Kovic Gregorian, meinen neuen Athleten, den ersten gemeinsamen Sieg einzufahren. Er hat einen super Camping gelegt, war sehr gut drauf gewesen. Die Woche, wo ich in Mailand war, hat er hier in Wien trainiert, war täglich mit ihm im Austausch. Er sagte nach wie vor, dass er weiterhin in einer super Verfassung ist. Das Wieden gestern war auch alles tiptop. Er hat sein Gewicht gebracht. Jetzt gehen wir zusammen ein Käffchen trinken. Ich sehe ihn jetzt zum ersten Mal seit meinem Aufenthalt in Wien. Wir gehen ein Käffchen trinken und von dort aus. Gehen wir gemeinsam in die Halle und dann lassen wir es dort krachen. So Leute, wir sind jetzt hier gemeinsam im Hotel. Jetzt werden die Sachen gepackt und dann geht's Richtung Arena. Er zieht sich um und wir tapen die Hände und warten bis der erste Gong wird. Aus Wolken herziger Wiener Miloš Janjami. Hallo Miloš. Und wir begrüßen in der Roten Decke die Nummer 1 aus Österreich vom Leihalskjab Honig Grigoria. Wie gesagt, Freunde, acht Runden zu je drei Minuten. Oh, der Ring gehört dir. Geben Gas, freundlich Peklan. Ganz ruhig, ganz ruhig, jawohl. Du bleibst vorne. Ja, ja, ja. Atmen mein Junge, atmen. Das siehst du alles. Das siehst du alles. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ja, ja. Variieren unten, oben. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Setz da, setz da, setz da. Mach fertig. Hogo, der Ring gehört dir. Setz uns doch da. Was? Der Ring gehört dir, Hogo. Der Ring gehört dir. Hogo, der Ring gehört dir. Hogo, der Ring gehört dir. Hogo. Ho, der Ring gehört dir. Hogo, der Ring gehört dir. Jawohl! town, 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 town minut, output Mit Feuress Körper. Punkt! Dein Ring, Bruder, dein! Fang unten an, fange unten an. Yeah! 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 Siege des Kampfes, Romic Grigordia! Ich bin wieder bereit. Zuerstmals Dankeschön, alle, die hier sind, die den Boxsport unterstützen. Das ist ganz wichtig in Österreich. Der Boxsport, der auch ganz sportartist, der ein gewisses jahle da seid. Mal großen Dank an mein Team, euer Fight Club, die uns ganz in mir ermöglichen. Von mir aus gemeint mein ganzes Management, Claude David Lern und natürlich auch alle Mitglieder, die hier zahlreich erschienen sind. Großen Dank an meine Familie und natürlich freut es mich anzukündigen, dass ich mit meinem neuen Coach Mo Weber trainieren darf. Jetzt trainieren wir auf einen guten Zukunftszug im Boxsport. Da macht es sehr viel Spaß, gut zu trainieren. Und ich hoffe, dass die Zukunft euch gute Kämpfe bieten kann, wie Boxsport in Österreich leider werden kann. So Freunde, wir sind schon wieder raus. Hovic gewinnt seinen Kampf durch TKO in der ersten Runde. Eine beeindruckende Leistung. Unsere erste Zusammenarbeit nach einem intensiven Camp. Es hat sich gelohnt. Er hat den zehn Gegner, den kenne ich, der auch bereits schon gegen einen von meinen Jungs geworfen hat, im Endeffekt. Aber er hat ihn gleich in der ersten Runde mit dem rechten Haken getroffen, der ihn ordentlich durchgerüttelt hat. Und danach wurde er noch weitere zweimal angezählt, was dann schlussendlich zu einem TKO geführt hat. Wir sind auf jeden Fall happy. Jetzt ziehen wir noch ein bisschen durch die Straßen von Wien. Und morgen geht es wieder zurück nach Köln. Klaas, weißt du, wie fühlst du dich? Super, super gut. Danke sehr. Bist du gut drauf? Es ist nicht viel passiert, oder? Ja, aber wir haben gezeigt, dass wir gut trainiert haben. Flughafen Wien. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich werde den wenigen Flugzeugen zu Hause sein. Und ehrlich zu sein freue ich mich. So schön wie die Stadt war, so toll es mir gefallen hat. Und das Resultat war auf jeden Fall zufriedenstellend, das was Kovic da geliefert hat gegen einen zehn Gegner, den wir bereits kennen. Erste ohne TKO. Ich würde sagen, abschließend für den Kampf besser kann man seine Hausaufgaben nicht machen. Allerdings muss man aber auch ehrlich sagen, das ist jetzt auch schon wieder eine Vergangenheit. Profisport ist das Tagesgeschäft. Der nächste Kampf steht vor der Tür. Kovic wird am 19. November in Wisseldorf in den Ring steigen und wird jetzt auch die Tage wieder anreisen zu mir nach Köln. Ein sehr nettes und kompetentes Team hinter Kovic. Und auch vielen Dank hier an der Stelle. Und das gesamte Team am Lions Fight Club, an Kovic und meine Familie, die mich hier vor Ort in Wien sehr herzlich empfangen haben und einen sehr respektvollen Umgang mit mir hatten. Und dafür vielen, vielen Dank. Wie sagt unser Prophet, wer nicht dankbar gegenüber den Menschen, ist er auch nicht dankbar gegenüber seinen Herren. Zwei weit verbreitete Krankheiten unserer Zeit ist A, der Neid wie nie zuvor. Und die zweite schlechte Eigenschaft, die weit verbreitet ist, ist Undankbarkeit. Möge der Allmächtige uns davon bewahren. Deswegen an der Stelle nochmal Danke an das Team Lions Fight Club, die gesamte Organisation hier vor Ort. Und Leute, vielleicht soll es es eigentlich, muss mich wiederholen. Alles Gutes, Leute.